Wenn du gerne wissen möchtest, wie man TikTok-Videos ohne Wasserzeichen herunterladen kann, dann bist du genau hier richtig in diesem Video. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das geht. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Also das geht jetzt vor allen Dingen an Apple-User. Das funktioniert bei Apple am besten. Du brauchst keine externe Webseite dafür. Das kannst du alles ganz simpel mit deinem Handy machen und nur mit der TikTok-App. Ganz wichtig, du brauchst einen Account dafür. Ich habe einen erstellt und dann siehst du auch schon hier ganz normal die For-You-Page. Dann zeige ich dir erstmal hier mein Profil. Und dann siehst du, es ist leer, es ist nichts zu sehen, Entwürfe und so weiter. Und du sagst dir jetzt, ich möchte unbedingt ein Video herunterladen. Und natürlich ohne die TikTok-Wasserzeichen. Der Narzisst tut etwas, leugnet es dann. So, wir nehmen mal dieses Video. Dann gehst du hier auf den Pfeil unten drauf und dann guckst du, was es für Möglichkeiten gibt. Und du siehst auch schon hier, man kann ein Video speichern. Das heißt, du kannst es ganz normal herunterladen oder Live-Foto. Wir nehmen aber Live-Foto, weil es gibt einen richtig coolen Hack bei iPhone, was man dann machen kann, damit man eben keine Wasserzeichen mehr sieht. Und dann machen wir einmal Live-Foto, dann konvertiert das ein paar Sekunden. Aber es geht relativ fix. Das dauert wirklich nicht lange. Immer wenn du zum Beispiel ein Video herunterladen willst, ohne Wasserzeichen, schaue immer, nachdem du auf den Pfeil geklickt hast, ob es möglich ist, ein Live-Foto zu kreieren oder zu konvertieren. Wenn das der Fall ist, ist das schon mal sehr, sehr gut. Und hier siehst du, es ist kurz langsames Netzwerk. Wir müssen warten, es geht schneller. Und dann hast du es auch schon auf deiner Galerie oder in deiner Galerie gespeichert. Wir gehen in meine Galerie und dann siehst du auch schon hier das Live-Foto. Du siehst ja hier unten, siehst du erstmal das TikTok. Und dann gehen wir auf die drei Punkte und dann klicken wir als Video sichern. Und jetzt warten wir nochmal ein paar Sekunden und dann wird das jetzt als Video gesichert. Das dauert dann immer ein bisschen und dann wirst du gleich sehen, dass es funktioniert. Jetzt haben wir hier als Video gesichert und du siehst, es ist kein TikTok-Wasserzeichen zu sehen. Wir können das mal gerne als Beispiel nochmal machen. Das heißt, ich gehe nochmal zu TikTok, klicke auf den Pfeil und dann auf Video speichern. Jetzt speichere ich das Video mal und dann habe ich das jetzt in meiner Galerie drin. Und wenn ich jetzt zurückgehe und rüber swipe, siehst du das TikTok-Wasserzeichen-Logo. Hier links, jetzt hier unten rechts und so weiter. Also immer wenn ich weiter scrolle, siehst du, es ist da. Und mit der anderen Technik, mit dem Live-Foto, das zeige ich dir jetzt hier links, siehst du, dass in dem Video kein einziges TikTok-Wasserzeichen zu sehen ist, außer unten rechts allgemein TikTok, aber das hat der Creator selber hier eingefügt. Das heißt, da kannst du nichts machen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Und du siehst, es funktioniert. Es ist möglich, ganz simpel. Das heißt, du musst nur ein TikTok finden, wo du eben, nachdem du auf den Pfeil geklickt hast, mit Live-Foto-Funktion hat. So einfach und so simpel funktioniert das Ganze. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und in der Endcard verlinke ich dir jetzt noch ein weiteres Video für TikTok. Und schaust dir auf alle Fälle an. Das ist ein Mega-Hack für dich. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.